Wenn dein iPhone gestohlen wurde, es kaputt gegangen ist oder du es verloren hast, dann ist es natürlich extrem ärgerlich. Für die meisten ist aber vor allem der Datenverlust das größte Problem und daher möchte ich euch gerne in diesem Video zeigen, wie ihr ein zuverlässiges Backup über die iCloud oder natürlich auch am Mac oder PC über den Finder oder iTunes erstellen könnt. Und sollten dich Videos wie dieses, Tipps und Tricks rund um das iPhone, iOS oder allgemein zu Apple interessieren, dann lass jetzt gerne ein Abo da, dann verpasst du in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr und ich zeige euch direkt nach dem Intro, wie ihr ein zuverlässiges Backup erstellen könnt und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Ich würde sagen, wir starten zuallererst mit dem iCloud Backup und dazu können wir hier einmal in die Einstellungen gehen und dann ganz oben hier einmal auf unsere Apple ID und zuallererst sollten wir dafür sorgen, dass wir genügend Speicherplatz für unser Gerät haben, um eben ein vollständiges Backup zu erstellen. Ich habe hier in meinem Fall jetzt 2 TB und je nachdem wie viele Daten ihr eben auf eurem Gerät habt, müsst ihr entsprechend das Ganze upgraden, das heißt ihr könnt hier ganz einfach in die iCloud gehen und dann hier den Accountspeicher verwalten und daraufhin dann diesen zum Beispiel erweitern. Standardmäßig bietet Apple 5 GB kostenlos und ihr könnt dann hier eben den Speicherplan ganz einfach ändern und hier zum Beispiel 50 GB, 200 GB oder auch 2 TB hinzufügen. Die müsstet ihr dann monatlich bezahlen, 99 Cent im Monat für 50 GB, 2,99 Euro für 200 GB und 9,99 Euro für 2 TB. Und für die meisten sollten auf jeden Fall die 50 GB reichen, für den einen oder anderen dann eben die 200 GB und ich kann das auf jeden Fall sehr empfehlen, weil immer alle Daten so gesichert werden und ihr immer darauf Zugriff bekommt. Sobald ihr einen Speicherplan ausgewählt habt und entsprechend genügend Speicherplatz in eurer iCloud verfügbar ist, dann könnt ihr erneut hier in den Apple ID Einstellungen einmal auf die iCloud gehen und dann seht ihr hier etwas weiter unten auch schon die iCloud Backups bei den Geräte Backups. Dort könnt ihr einmal rauf gehen und dann habt ihr hier eben die Möglichkeit Backup dieses iPhones zu erstellen. Das solltet ihr hier auf jeden Fall aktivieren. Backup über mobile Daten solltet ihr nicht aktivieren, außer ihr habt wirklich unbegrenzte Daten zur Verfügung. Dann ist es absolut kein Problem. Ansonsten empfehle ich das hier eher zu deaktivieren. Und hier seht ihr dann auch schon alle Backups, die aktuell bei mir in der iCloud liegen. Das heißt, ich habe einmal dieses iPhone mit 31,5 GB, dann hier noch mein iPhone 13 Pro, dann hier ein iPad und noch ein weiteres iPad und noch ein älteres iPhone. Die liegen hier jetzt alle als Backups innerhalb der iCloud. Ihr könnt hier auch rauf gehen und könnt diese Backups dann entsprechend löschen. Zum Beispiel, wenn ihr ältere Backups habt, die ihr von Geräten, die ihr gar nicht mehr verwendet, dann löschen wollt, dann ist das hier natürlich möglich. Und in diesem Fall seht ihr, mein letztes erfolgreiches Backup wurde gestern um 21.13 Uhr erstellt. Ihr könnt aber hier jetzt auch auf Backup jetzt erstellen, einmal rauftippen und dann wird ein aktuelles Backup erstellt. Ansonsten werden eigentlich tägliche automatische Backups erstellt, wo eure Daten dann am Ende immer wieder gesichert werden. Wichtig ist natürlich, dass ihr auch auswählt, dass alle Apps, die ihr eben in der iCloud speichern möchtet, hier auch auf eingeschaltet sind. Also zum Beispiel die Fotos sind bei mir in diesem Fall eingeschaltet. Ihr seht, hier sind aktuell 178 GB in der iCloud gespeichert. Also es ist nicht in dem kompletten Backup drin, sondern eben gesondert in der iCloud. Und bei mir sind es fast 180 GB. Und das müsst ihr natürlich entsprechend hier einmal aktivieren, damit die Fotos dort gesichert werden. Das gleiche gilt dann hier für iCloud Drive, was ich ebenfalls verwende. Da wird dann sozusagen alles auf meinem iPhone, alles von meinem Mac, alles von meinem iPad in der iCloud Drive gesichert. Und ich habe auch von überall Zugriff da drauf, was ich sehr praktisch finde. Dann haben wir hier noch Mail und Passwörter und Schlüsselbund. Und bei mir ist das hier eben alles aktiviert, weil alles eben in der iCloud gesichert werden soll. Über den Menüpunkt aller Anzeigen habt ihr dann noch weitere Optionen. Da könnt ihr dann hier nochmal zum Beispiel Dinge wie Nachrichten, Apple Health, aber auch Kontakte, Kalender, Safari und so weiter alles sichern. Was ich auf jeden Fall sehr empfehlen würde, dass das alles gesichert wird. Natürlich sollen die Kontakte synchronisiert werden und gespeichert werden, Kalendererinnerungen ebenfalls. Sowas wie Apple HomeKit, dann natürlich auch Apple Wallet. Das würde ich auf jeden Fall alles empfehlen hier in der iCloud zu sichern. Und etwas weiter unten finden wir dann auch Drittanbieter-Apps. Also zum Beispiel hier erst einmal noch so ein paar Apps direkt von Apple. Aber weiter unten dann auch wirklich Drittanbieter-Apps. Und da könnt ihr natürlich auch am Ende euch entscheiden, welche Apps sollen gesichert werden, welche nicht. Wofür möchte ich meinen Speicher verbrauchen oder eben am Ende nicht verbrauchen. Und so solltet ihr auf jeden Fall auswählen, welche Daten ihr am Ende sichern wollt, damit alles wirklich in der iCloud und in iCloud Backups gesichert wird. Manche Apps bieten dann auch zusätzlich eigene iCloud Backups an, wie zum Beispiel WhatsApp. Da habt ihr dann die Möglichkeit eure Shats inklusive Bilder und Videos in der iCloud zu sichern. Und das empfehle ich euch ebenfalls zu aktivieren, je nachdem welche App ihr verwendet. Müsst ihr natürlich schauen, wo diese Option verfügbar ist. In diesem Fall in WhatsApp könnt ihr auf die Einstellungen gehen, dann einmal hier auf Shats. Und dann findet ihr hier auch das Chat-Backup. Dort könnt ihr raufgehen und hier seht ihr dann ebenfalls, in meinem Fall mein letztes Backup war ebenfalls gestern Abend 21.05 Uhr. 15,31 GB ist das Ganze groß mit 9 GB Videos. Und auch hier könnt ihr dann manuell natürlich ein Backup jetzt erstellen. Ihr könnt aber hier auch die automatischen Backups täglich aktivieren. Und so seid ihr auch immer sicher, dass die ganzen Chat-Verläufe und Bilder, die zum Beispiel in WhatsApp im Umlauf sind, in euren Shats, dass diese ebenfalls gesichert werden. Sollte euer Gerät mal verloren gehen, gestohlen werden oder natürlich auch kaputt sein, dann könnt ihr diese ganzen Daten wieder herstellen. Ich würde nun sagen, wir wechseln einmal rüber auf mein Mac und erstellen ein lokales iPhone-Backup. Und auf dem Mac müsst ihr dazu einfach einmal den Finder öffnen und euer Gerät per USB-Kabel an eurem Mac verbinden. Und dann findet ihr hier auch schon links im Finder das iPhone und habt hier eben die gleiche Oberfläche wie auf einem Windows-Rechner über iTunes. Das heißt, auf einem Windows-PC müsstet ihr iTunes öffnen und euer Gerät verbinden. Und dann sieht das Ganze wirklich sehr, sehr ähnlich aus. Und hier haben wir jetzt ebenfalls die Möglichkeit, Backups zu erstellen. Wie ihr seht, haben wir dann hier oben einmal so ein paar Daten zum iPhone, dann den aktuellen Akkustart und wir sehen hier eben die ganzen unterschiedlichen Kategorien wie Musik, Filme, Hörbücher, Bücher und so weiter. Unser aktuelles iOS sehen wir und wir sehen dann hier auch die Backups. Deine wichtigsten Daten auf deinem iPhone in der iCloud sichern, das wäre eine Option. Oder erstelle ein Backup aller Daten deines iPhones auf diesem Mac. Das heißt, wir würden ein lokales Backup auf diesem Mac oder auf dem Windows-Rechner erstellen. Dazu sehen wir das hier einmal aus. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, hier ein Backup zu verschlüsseln. Das heißt, wir können ein Passwort wählen, um diese Daten dann zu sichern, was ich jetzt in meinem Fall nicht machen werde. Und wir haben hier dann die Möglichkeit, auf Backup jetzt erstellen zu klicken oder natürlich auch aus einem Backup wiederherzustellen. Und wir können auch hier unsere Backups aus der iCloud oder grundsätzlich unsere Backups verwalten. In diesem Fall müsstet ihr dann hier auf Backup jetzt erstellen klicken und das kann dann durchaus einige Minuten bis zu einer halben Stunde dauern. Das ist immer davon abhängig, wie viele Daten ihr sichern möchtet, wie viele Daten auf eurem iPhone sind. Und so könnt ihr lokal ganz einfach ebenfalls ein Backup erstellen. Ich persönlich empfinde iCloud Backups irgendwie immer als etwas besser, weil auch ein Rechner kann kaputt gehen, ein Mac kann kaputt gehen. Und die Daten sind dann eben nur lokal gesichert, daher empfehle ich zumindest beides zu machen. Also ein iCloud Backup ist meiner Meinung nach immer die bessere Option, aber ihr könnt natürlich zusätzlich auch noch lokale Backups auf eurem Mac oder PC machen. Und damit wären wir jetzt auch schon am Ende dieses Videos angekommen und ich hoffe natürlich, dass ich euch dabei helfen konnte, ein Backup zu erstellen, damit ihr eure Daten sichern könnt, wenn zum Beispiel euer Gerät mal kaputt geht oder ihr es verliert. Und wenn das der Fall war, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir eure Erfahrungen mit iPhone Backups mal gerne unten in die Kommentare und vergesst nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Videos zu abonnieren und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!